In Dessau-Roslau wird gespart. Rund 20 Tonnen CO2 pro Jahr sind es, beispielsweise hier im Stadtteil Heideburg, die allein durch die neue Straßenbeleuchtung erreicht werden. 2011 wurden die Straßenzüge großflächig auf die sparsamere LED-Technik umgerüstet. Eine Maßnahme, die nicht nur das Klima schont. Die Einsparungen bei der LED-Straßenbeleuchtung lassen sich schon sehen. Es ist ein sehr gutes Projekt, um Klimaschutz zu betreiben. Etwa 100 Leuchtpunkte, die in Dessau-Roslau durch das Projekt umgerüstet wurden, sparen etwa 4.000 Euro jedes Jahr an Stromkosten ein. Und natürlich auch etwa 20 Tonnen CO2. Es ist eine gute Maßnahme, um Klimaschutz in einer Kommune auch sehr kurzfristig umzusetzen. Damit solche Einsparpotenziale schnell entdeckt und genutzt werden, fördert das Bundesumweltministerium neben der LED-Umrüstung zum Beispiel auch die Funktion des Klimaschutzmanagers. Mit Erfolg! In der Stadt in Sachsen-Anhalt gehen die Klimaschutzbemühungen weit über die neue LED-Beleuchtung hinaus. Die Bandbreite reicht von der Altbausanierung bis hin zum Ausbau erneuerbarer Energien. Ein Projekt beispielsweise ist, das Krankenhaus hat sehr viel schon umgesetzt in den einzelnen Bauabschnitten mit Energieeffizienz, beispielsweise in der Lüftungsanlage oder Wärmerückgewinnung. Die Stadtwerke haben ihre Erdgasbusflotte, die sie schon seit 2000 betreiben, umgestellt vom fossilen Erdgas auf Bio-Erdgas, was schon eine bis zu 97-prozentige CO2-Reduzierung bewirkt, also fast klimaneutral fahren jetzt. Die nahezu klimaneutralen Busse in Dessau-Roslau sind dabei nur eine Möglichkeit für eine nachhaltige Klimapolitik. In ganz Deutschland engagieren sich Städte, Gemeinden und Landkreise auf vielfältige Weise und zeigen, wie effektiver Klimaschutz in lokaler Gemeinschaft funktioniert. So unterstützt Hamburg beispielsweise mit seinem Programm Unternehmen für Ressourcenschutz die lokale Wirtschaft beim effizienten Einsatz von Ressourcen. Über 1800 Hamburger Unternehmen konnten so nicht nur das Klima schonen, sondern auch ihre Betriebskosten senken. Stuttgart hingegen setzt auf das stadtinterne Contracting, ein innovatives Finanzierungsinstrument für städtische Klimaschutzmaßnahmen. Bei städtischen Ämtern und Einrichtungen spart die Stadt so rund 9000 Tonnen CO2 jährlich. Aber auch die Vernetzung spielt im Klimaschutz eine bedeutende Rolle. Aus seiner Erfahrung als Bio-Energie-Dorf gründete die Gemeinde Bolewig in Mecklenburg-Vorpommern das Kooperationsnetzwerk Bio-Energie-Dörfer. Insbesondere kleinen Gemeinden wird so der Weg zum CO2-sparenden Dorf geebnet. Städte und Gemeinden wie Dessau-Roslau, Hamburg, Stuttgart oder Bolewig, sie machen vor, wie kommunaler Klimaschutz funktioniert. Und leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Die deutsche Zielstellung, die Energiewende zu bewältigen, bis zum Jahre 2050 praktisch CO2-frei zu werden, ist ohne CO2-freie Kommunen unmöglich. Das heißt, nur wenn es den Kommunen gelingt, ihre Zielstellungen der CO2-freiheit zu erreichen, wird unser gesamtes Land die Energiewende schaffen können. Das ist meine feste Überzeugung und daran kommen wir meines Erachtens auch nicht vorbei. Die besondere Aufgabe der Kommunen wird auch vom Bundesumweltministerium unterstützt. Seit 2008 konnten mit der Nationalen Klimaschutzinitiative bereits mehr als 2200 Projekte in 1500 Städten und Gemeinden gefördert werden. Dabei verfolgen alle gemeinsame Ziele. Energie effizienter nutzen, das Klima schonen und Kosten sparen. Neben der Förderung von Konzepten, Klimaschutzmanagern und aktuell der LED-Straßenbeleuchtungen gibt es auch Wettbewerbe und Aktionsprogramme für kommunale Vernetzung und Schulungen. Denn nur gemeinsam lassen sich die ambitionierten Klimaziele Deutschlands erreichen. In Dessau-Roslau werden bereits heute rund eine Viertelmillion Euro und 3000 Tonnen CO2 eingespart. Ergebnisse, die zeigen, mit einer Klimapolitik, bei der Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen, gelingt eine nachhaltige Energieversorgung.